Hallo liebe Reinigungsfreunde, heute ist wieder euer Reinigungsguru hier und ja, du hast es schon erkannt, ich bin hier heute mal in einem ganz anderen Dress unterwegs. Warum? Polo-Shirt? Polo-Shirt ist für mich so Arbeiten. Also früher, wo ich wirklich regelmäßig die Reinigungen selbst durchgeführt habe, da war ich immer in so einem Polo-Shirt unterwegs und habe immer die Reinigungsarbeiten im Polo-Shirt durchgeführt, weil ich fand das immer, dass das einen gewissen Touch hatte, das hatte eine gewisse Eleganz und ich finde, das ist auch wichtig, weil wir verkörpern ja auch Professionalität und ja, da fand ich einfach so ein T-Shirt einfach ein bisschen zu einfach und habe dann sehr schnell festgestellt, nee, T-Shirts möchte ich nicht, ich möchte eher in so Polo-Shirts die Arbeiten ausführen und habe dann auch in meiner Firma, bei meinen Mitarbeitern und auch bei meinen ganzen Standorten das so geregelt, dass es Polo-Shirts dann gab, ja, weil das einfach eine gewisse Eleganz hat und einfach wirklich professionell auch aussieht, ja. Und du weißt ja ganz klar, ich habe das auch schon in anderen Videos erklärt, dass Arbeitskleidung ein wichtiger Punkt ist und dass Arbeitskleidung definitiv du auch haben solltest als selbstständiger Gebäudereiniger, wenn du bei deinen Kunden bist, dass du einen guten Dress hast, dass der Kunde erkennt, dass das deine Arbeitskleidung ist. Das ist dann auch mit der Hose, natürlich ganz klar und auch mit den Schuhen, dass du Arbeitsschuhe hast und dass du Arbeitshosen hast, ja, dass das alles ordentliches Bild gibt und dass der Kunde sieht, hey, du bist hier nicht in einem Freizeitlook einfach mal, ja. Wobei das ist jetzt ein Freizeithemd, also ja, nicht verwirren lassen. Okay, also das ist ein wichtiger Punkt, den möchte ich dir mitgeben. Und warum noch erzähle ich dir das? Und zwar möchte ich gerne, ich habe immer wieder mal so ein paar Zuschriften bekommen, hey, mach doch mal bitte Videos zum Thema Reinigung. Was ist da wichtig? Worauf sollte ich achten? Und ich wollte mit diesem Video auch dich mal fragen, was meinst du denn? Was ist für dich wichtig? Was willst du denn wirklich zum Thema Reinigung hören? Also was die Reinigungsarten angeht, was die Reinigungs-, ja, was die Ausführung der Reinigung angeht, also wie man eine Reinigung durchführt, wie man die organisiert, wie das vor Ort abläuft, was willst du sehen? Schreib mir mal bitte hier in den Kommentaren das, was du gerne wissen möchtest, was beim Thema Reinigungsarbeiten für dich interessant ist, was dir vielleicht fehlt an Know-how, wo du sagst, hey, dazu habe ich nichts gefunden, das brauche ich, ja. Und, ah, ein wichtiger Punkt ist, niemals ans Telefon gehen beim Kunden, ja. Also, wenn der Kunde, wenn du beim Kunden stehst und dein Handy klingelt, niemals ans Telefon gehen. Und auch wenn du ein Video drehst, auch niemals ans Telefon gehen, ja. Also, in diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg und hab auch du Erfolg mit Reinigung und bis zum nächsten Mal, dein Reinigungsguru.